Ich bin Silvan Sachser im zweiten Lehrjahr aus dem Gasthof zum Schützen in Aarau. Am meisten trifft man mich in meiner Freizeit in der Küche oder sonst mit Kollegen bei einer Party. Als Kind bin ich einversüchtig auf andere, die eine Spielküche hatten, weil ich auch keine hatte. Dafür arbeite ich heute in einer viel grösseren Küche. Aktuell verfolge ich auf Netflix die Serie «House the Scales», weil es spannend und unterhaltsam ist. Nicht mehr essen würde ich Leberli, weil ich den Geschmack und die Konsistenz einfach nicht gerne habe. Nach Corona mache ich als erstes mit meinen Kollegen wieder eine grosse Party. Ich gewinne den Gusto 21, weil mein Menü überzeugt. Aber wir haben alle zusammen sehr gute Chancen.